Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Keil. Ich bin der Betreiber von Gentipps.de. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Differenz eines Datums berechnen kannst. Das kommt gar nicht so selten vor, da in Kirchenbucheinträgen oft das Alter in Jahren, Monaten und Tagen angegeben ist. Wenn du dieses Video gut findest, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst, wenn ein neues Video online ist. In einem Magdeburger Kirchenbuch der St. Jakobikirche aus dem Jahre 1844 habe ich einen Eintrag der dreifach Urgroßtante meiner Frau gefunden. Hier siehst du die gesamte Seite des Buches. Ich vergrößere das mal. Es geht um Charlotte Elisabeth Luise Frohnecke. Der Eintrag befindet sich im Register Sterbefälle und stammt aus dem Dezember 1844. Charlotte ist also im Dezember 1844 verstorben. Es gibt eine Spalte mit dem genauen Sterbedatum. Hier ist aber nichts Konkretes zu sehen, außer EOD. EOD oder EODem ist lateinisch und heißt derselbe. In Kirchenbucheinträgen ist damit meist der Eintrag oberhalb gemeint, also sowas ähnliches wie Gänsefüßchen. Und hier steht 18. Dezember darüber. Also ist Charlotte am 18. Dezember 1844 verstorben. In dieser Spalte siehst du das Alter der Verstorbenen, angegeben in Jahren, Monaten und Tagen. Stopp! Hier muss ich erst mal innehalten. Als Familienforscher stößt man nicht selten auf derartige Einträge. Da ist jemand mit 10 Monaten und 25 Tagen gestorben. Als Baby, nicht mal ein Jahr alt. Und das war ja nicht irgendjemand. Charlotte Elisabeth Luise Frohnecke war ja eine Vorfahrin meiner Frau. Sie war die Ur-Ur-Urgroßtante meiner Frau. Und ist als kleines Kind gestorben. Da gab es also ein Ehepaar im 19. Jahrhundert, die vierfach Urgroßeltern meiner Frau. Und dieses Ehepaar hatte wenigstens sieben Kinder. Und wahrscheinlich sind mindestens zwei davon im Kleinkindalter verstorben. Darunter auch Charlotte, die dreifach Urgroßtante meiner Frau. Wie viel Leid muss das für die vierfach Urgroßmutter meiner Frau verursacht haben? Wenn wir uns in die Familienforschung begeben, werden wir oft mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert. Und hoffentlich gelingt es uns, das Ganze nicht zu technisch, zu nüchtern zu betrachten, sondern die Lebensumstände unserer Vorfahren zu erspüren und sie dadurch besser kennenzulernen, auch wenn sie schon lange gestorben sind. Doch nun wieder zurück zu den Büchern. Charlotte Frohnecke wurde also nur 10 Monate und 25 Tage alt. Doch wann genau ist sie geboren? Um das zu berechnen, schlage ich in diesem Video drei Möglichkeiten vor. Erstens im Kopf. Zweitens mit einer Software auf dem Rechner. Und drittens auf einem Online-Portal mit tollen Möglichkeiten. Beginnen wir mit der ersten Möglichkeit, der Kopfrechnung. Und tatsächlich ist das der erste Tipp in diesem Video. Kopfrechnen geht oft am schnellsten. Hier der erste Weg. Das Ausgangsdatum ist der 18. Dezember 1844. Wenn ich davon 10 Monate abziehe, komme ich auf den 18. Februar 1844. Jetzt zunächst mal 18 Tage abziehen. Dann lande ich beim 31. Januar 1844. Und nur noch die restlichen sieben Tage abziehen, damit es insgesamt 25 sind. Und mein Ergebnis, mein errechnetes Geburtsdatum, ist der 24. Januar 1844. Jetzt ein zweiter Weg. Das Ausgangsdatum ist wieder der 18. Dezember 1844. Diesmal ziehe ich zunächst die 18 Tage ab und lande beim 30. November 1844. Jetzt noch sieben Tage, damit es insgesamt 25 sind. Ich bin beim 23. Januar 1844. Und am Schluss die 10 Monate. Und jetzt lande ich beim 23. Januar 1844. Tja, zwei unterschiedliche Ergebnisse. Doch dazu später mehr. Die zweite Möglichkeit eröffnet sich uns mit einer tollen Genealogiesoftware. Das ist der Tipp 2 dieses Videos. Du kannst die Software auf gentools6.de downloaden. Diese ist zwar schon in die Jahre gekommen, die letzte Version wurde im Jahr 2017 veröffentlicht, beinhaltet aber immer noch tolle Funktionen für Familienforscher. Zunächst gibt es jede Menge Kalender, die man miteinander vergleichen kann. Sogar der jüdische oder islamische Kalender sind verfügbar. Du kannst die verschiedenen Datumswerte der Kalendermodelle auch umrechnen. Das ist sehr praktisch, wenn du in jüdischen oder islamischen Aufzeichnungen forschst. Du kannst auch die wichtigsten Festtage der verschiedenen Glaubensrichtungen umrechnen. Zudem gibt es jede Menge Berechnungsmöglichkeiten von Maßen und Gewichten bis zu den Mondphasen. Unter Punkt 5 und 6 ist weiteres Wissen rund um die Familienforschung einsehbar und ein heiligen Lexikon vervollständigt die Software. Du möchtest nun aber das Geburtsdatum errechnen lassen. Das Ausgangsdatum ist der 18. Dezember 1844. Davon möchtest du 10 Monate und 25 Tage abziehen. Und als Ergebnis erhältst du den 23. Januar 1844. Die dritte Möglichkeit der Berechnung eines Datums bietet ein interessantes Internetportal. Und das ist mein dritter Tipp in diesem Video. Die Adresse lautet timeanddate.de Dort gibt es ähnliche Möglichkeiten wie in der Software. Du kannst zum Beispiel Datumsunterschiede ausrechnen, aber auch Kalender erstellen lassen. Probiere hier mal, einen Kalender für das Jahr 1700 zu erstellen. Ah, ein Kalender von 1700. Doch Moment mal. Der Februar sieht ja komisch aus. Okay, der Februar hat mal 28 mal 29 Tage, aber 18 Tage ist schon sehr wenig. Trotzdem hat das tatsächlich seine Richtigkeit, denn im Jahr 1700 wurde in Deutschland der julianische Kalender vom gregorianischen Kalender abgelöst. Diesen Zeitsprung musst du manchmal in deiner Familienforschung beachten. Die Herausforderung dabei ist, dass dieser Wechsel vom julianischen zum gregorianischen Kalender nicht einheitlich stattfand. Die einzelnen Länder und Regionen hatten da verschiedene Zeitpläne. Wenn du für dein erforschtes Gebiet nichts genaueres weißt, ist für Deutschland der Wechsel zwischen Februar und März 1700 eine gute Wahl. Nun aber zur Berechnung von Datumswerten auf dem Internetportal timeanddate.de Du möchtest dir ein Geburtsdatum berechnen. Das Ausgangsdatum ist wieder der 18. Dezember 1844. Davon möchtest du 10 Monate und 25 Tage abziehen. Dieser Zeitraum soll also vom Ausgangsdatum subtrahiert werden. Und als Ergebnis erhältst du den 23. Januar 1844. Oder den 24. Januar 1844. Kommt ganz darauf an, wie du rechnest. Hier nochmals eine Erklärung dafür, dass das errechnete Datum abhängig ist von der Reihenfolge der Berechnung. Im ersten Fall wurden erst die Tage, dann die Monate abgezogen. Im zweiten Fall war es umgekehrt. Der Computer hat im Grunde also dasselbe Problem, wie wir beim Kopfrechnen. Auf dem Internetportal timeanddate.de siehst du auch eine schöne Übersicht, wie das Datum berechnet wurde. Zunächst werden die 18 Tage des Dezembers abgezogen. Dann neun volle Monate von März bis November. Das Jahr 1844 war ein Schaltjahr. Deshalb hat der 10. Monat, der Februar, 29 Tage. Am Schluss noch die fehlenden 7 Tage, damit du da auf insgesamt 25 Tage kommst. Und das errechnete Geburtsdatum bei timeanddate.de ist also der 24. Januar 1844. Ich habe in dem Magdeburger St. Jakobikirchenbuch im Zeitraum Ende Januar nach den Geburts- und Taufeinträgen gesucht und bin tatsächlich fündig geworden. Es gibt einen Eintrag für Charlotte Elisabeth Luise Frohnecke. Dieser ist im Februar 1844 zu finden und beinhaltet den Tag der Taufe. Die war am 11. Februar 1844. Du kannst auch das Geburtsdatum finden. Und das war am 25. Januar 1844. Also weder der 23. noch der 24. Januar, wie du das berechnet hast. Ich gehe davon aus, dass der 25. Januar stimmt. Und dass sich derjenige, der das Sterbedatum eingetragen hat, bei den Monaten und Tagen verrechnet hat. Er hat sicherlich im Kopf gerechnet. Ist ja auch gar nicht so einfach, wie du gesehen hast. Vielleicht hat er ja nicht an das Schaltjahr gedacht. Nun hast du an einem praktischen Beispiel gesehen, welche Möglichkeiten du zur Berechnung eines Datums hast. Probiere die Software oder das Internetportal am besten gleich mal aus. Und danke fürs Zusehen. Wenn du meine Newsletter erhalten möchtest, kannst du unten in der Beschreibung auf den Link zu gentips.de klicken. Außerdem bin ich gespannt auf deinen Kommentar, den du unterhalb des Videos eingeben kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst, wenn ein neues Video online ist. Und denke daran, immer wenn du eine Datumsdifferenz zu berechnen hast, benutze die Werkzeuge, die du in diesem Video kennengelernt hast. Dadurch ersparst du dir vielleicht den ein oder anderen Rechenfehler. Tschüss und viele Grüße aus Coburg. Tschüss und viele Grüße aus Coburg.